Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zu unserer Reise von Aristoteles zur Stringtheorie, zu unserer Bergwanderung. Da haben wir einige Höhenmeter jetzt in der Quantenmechanik schon zurückgelegt und da wollte ich heute mal einen Ausblick genießen. Ich glaube, wir haben genügend Grundlagen jetzt zusammen, um die in meinen Augen verrückterste Geschichte, die es überhaupt gibt in der Quantenmechanik, hier mal zu behandeln. Die Verschränkung, diese Nicht-Lokalität, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also die Tatsache, dass sie irgendwas verändern können über beliebig große Entfernungen hinweg, nicht lokal im Raum. Gibt es das auch in der Zeit? Können wir auch irgendwelche Dinge durch Verschränkung manipulieren, die vielleicht schon in der Vergangenheit liegen? Das nennt man den Quantenradierer und darum wird es heute gehen. Wie soll das jetzt bitte funktionieren? Also wie wollen wir überhaupt an Ereignisse ran, die in der Vergangenheit liegen? Geschweige denn, die noch irgendwie zu manipulieren, zu radieren gewissermaßen. Da gab es 1982 erste Ansätze. Skully und Drühl, das war aber eher noch so die Kategorie Gedankenexperiment. Erst so um die Jahrtausendwende, da wurden erste Experimente aufgebaut. Und die Idee, die ist, natürlich geht es wieder mal um die Mutter aller Quantenprobleme, um den Doppelspalt. Die Idee ist jetzt nämlich folgende. Nochmal ganz kurz, aber also wem der Doppelspalt nicht klar ist, der muss sowieso unbedingt das Video, das wir dazu gemacht haben, erstmal anschauen. Sonst wird das heute alles gar keinen Sinn ergeben. Aber nochmal ganz kurz, hier ist der Doppelspalt und da haben wir gesehen, wir kriegen ein Interferenzmuster. Also wir kriegen hier diese schönen Geschichten. Wenn wir aber hier irgendwas installieren, das uns erlaubt zu bestimmen, durch welchen Spalt jetzt dieses Photon tatsächlich gegangen ist, sobald wir diese Information einholen, also man nennt es diese Welcher-Weg-Information, wenn wir das haben, dann kriegen wir kein Interferenzbild mehr, sondern dann kriegen wir hier diesen Klumpen, nenne ich es mal. Und sobald wir wieder aufhören, hier zu messen, durch welches Loch das Photon eben kam jeweils, dann kriegen wir wieder das Interferenzbild. Und ja, da wollten die Leute natürlich irgendeinen Weg finden, wie man doch diesen Weg bestimmen könnte, ohne diese Kohärenz zu zerstören. Und die Österreicher sind da sehr fit. Wir hatten auch mal einen Beitrag von dem Rainer Blatt von der Uni Innsbruck, wer das noch nicht gesehen hat. Jetzt nicht speziell zu den Quantenradierern, sondern allgemein zur Laserkühlung, zu Quantencomputern und solchen Geschichten. Und die sind auch sehr fit generell, insbesondere der Anton Zeilinger, Mr. Beam, wie man ihn nennt, weil er auch mit diesen Teleportationen ja forscht, in Wien. Die haben auch so ein Experiment aufgebaut in dieser Zeitspanne, basierend auf Polarisation. Das ist nicht das, was ich heute zeigen möchte, sondern was ich jetzt zeigen möchte, ist ein Experiment mit einem nicht-linearen Kristall. Da hatte man völlig unabhängig davon einfach mal erkannt, hey, da gibt es tolle Materialien, eben diese Kristalle, wenn da ein Photon reingeht in so einen Kristall, dann gehen zwei Photonen raus und beide eben mit der halben Energie logischerweise und die sind jetzt miteinander verschränkt. Also da haben wir jetzt plötzlich zwei Photonen. Da hören Sie mich schon gehen wahrscheinlich. Eines dieser Photonen natürlich lassen wir dann auf den Schirm und das andere Photon, das können wir doch jetzt nutzen, um irgendwie Information zu gewinnen, durch welchen Spalt ist es denn gegangen. Das war so der Beginn dieses Experiments. Also, wir nehmen so einen Kristall und bauen den hinter einen Doppelspalt. Das ist der Clou. Also ich baue den jetzt mal hier her. und also das ist jetzt dieser nicht-lineare Kristall. Da kommt jetzt so ein Photon rein und dann wird es von dort aus eben jetzt in zwei Richtungen, am besten ich nehme hier das obere gleich mal rot. Also das Photon, das jetzt hier entsteht, das Photonenpaar, das verschränkte, da geht jetzt eines eben hier auf irgendeinen Schirm und das andere nehme ich hier mal runter. Das könnten wir jetzt einfach beobachten und mal schauen, ob wir da nicht irgendeine Information gewinnen. Und entsprechend könnt ihr natürlich, wenn ein Photon, oder ein Photon jetzt hier, von links kommen ja die Wellen von unten an, ein Photon durch den unteren Spalt geht, dann haben wir auch hier diese Situation, dass hier wieder ein Paar entsteht, verschränkt. und nehmen wir eins mal hier hoch und und dann lassen wir hier wieder das zweite Photon blau eingezeichnet jetzt hier nach unten laufen. So, das ist der Aufbau. Jetzt haben wir hier oben natürlich sowas wie einen Detektor, also das ist jetzt quasi ein Schirm, aber in Wirklichkeit besteht dieser Schirm jetzt aus so einem beweglichen Detektor. Das ist so wie so eine Hand und wenn jetzt hier so ein Photon ankommt, dann kann diese Hand rauf und runter gefahren werden. Also es kann passieren, dass so ein Photon zum Beispiel auf den Schirm geht, aber Sie haben das jetzt nicht detektiert, sondern diese bewegliche Hand fährt hier rauf und runter und dann zählen Sie einfach mit. wie viele Photon haben Sie hier und dann gehen Sie ein Stück runter, wie viele haben Sie hier, wie viele haben Sie hier, wie viele haben Sie hier und so setzen Sie sich dieses Bild zusammen. Natürlich, also logischerweise, wenn hier zwei verschränkte Teilchen entstehen und es kommt hier ein Impuls an von links, dann müssen diese Winkel natürlich alle passen, das ist jetzt hier in meiner Zeichnung nicht. Das ist eine beliebig komplizierte Anordnung mit Linsen und Prismen und sonst irgendwas. Also ich mache es so transparent wie möglich und sehen wir am Schluss den Waldverleiter Bäumen nicht in dem ganzen Experiment. Wir haben von links her einfallen Photonen, daraus machen wir Photonenpaare und diese Photonenpaare, da wird eines hier mit so einem Detektor immer wieder mal getroffen und unten passiert dasselbe und das zweite verschränkte Photon, das können wir jetzt auch detektieren. Da können wir jetzt uns hier hinten irgendwo so einen Detektor bauen. also wenn ich den jetzt hier mal Detektor 0 nenne und ich nenne den jetzt hier irgendwie mal Detektor 3 und hier baue ich einen auf, den nenne ich 4. In dem Moment, wo ich jetzt hier im Detektor 3 ein Signal habe, nehme ich das zugehörige Signal hier oben und trage es ein in ein Diagramm, das ich jetzt mal 0,3 nenne. Also die Ereignisse, die hier ganz klar bestimmt wurden, als das Photon kam durch den oberen Spalt, nehme ich mal in die Schachtel mit der Aufschrift 0,3 und all die Ereignisse entsprechend, die durch den unteren Spalt kommen, nehme ich in die Schachtel mit der Aufschrift 0,4 und dann kann ich zwei unterschiedliche Diagramme erstellen. Weil all das passiert hier öfters, einmal, zweimal, dreimal, sieben, ja, ein Photon am anderen hier durch diesen, von links her ankommen, durch diesen Doppelspalt und dann sehen wir, aha, die Hälfte oder eine bestimmte Anzahl davon geht oben durch, eine bestimmte Anzahl geht unten davor, all die, die oben durchgegangen sind, kommen in das eine Diagramm, all die, die unten durchgegangen sind, kommen in das andere Diagramm. Das ist das Schöne an diesem Aufbau. Sie haben also nicht nur ein Interferenzbild, sondern Sie können sich hier die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen gewissermaßen. Jetzt, was ist jetzt der Clou? Wenn wir hier gar nichts machen, wenn wir hier nichts detektieren, haben wir hier grundsätzlich mal einen Aufbau in der Form von Interferenz. In dem Moment, wo wir so einen Detektor natürlich mal einschalten und wir genau wissen, durch welchen Weg jetzt die Photonen gegangen sind, kriegen wir D03 im Diagramm, kriegen wir dieses Bild. Also das ist offensichtlich, es ist sehr, sehr ähnlich wie das, was wir auch bei D04 entsprechend kriegen, sinnbildlich dafür, ich nenne es mal, einen Batzen. Kohärenz verloren oder Interferenz verloren gegangen, weil wir geschaut haben, durch welches Loch ist es denn gekommen, jetzt, durch welchen Spalt. Alles wie gehabt, nichts Neues bisher. Nur ein bisschen trickreicher aufgebaut. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der eigentliche Trick an dem Ganzen. Jetzt bauen wir nämlich hier in diesen Strahlengang der beiden korrespondierenden, verschränkten Photonen einen Strahlteiler. Das ist also nur ein halbdurchlässiger Spiegel, der mit 50% Wahrscheinlichkeit lässt das Photon durch und mit der Hälfte wird es einfach nur abgelenkt. Also, da bauen wir uns einen hierher und einen hierher beispielsweise. Und was jetzt hier passiert ist, mit 50% Wahrscheinlichkeit passiert sowas und hier unten entsprechend und hier machen wir uns nochmal einen Strahlteiler. Da wissen wir nicht, was da drin genau passiert. Und dann machen wir entsprechend dahinter wieder einen Detektor. Also, den nennen wir jetzt hier einfach mal D1 und den nennen wir D2. Also, wir haben jetzt vier verschiedene Detektoren. Was passiert jetzt konkret, wenn ein Photon diesen Weg hier geht? Es kommt in den Strahlteiler, mit 50% Wahrscheinlichkeit fliegt es einfach geradeaus weiter und geht in D3. In dem Moment, wo hier ein Signal kommt, nehmen wir das zugehörige Paar hier oben, hier oben, Klick, in die Schublade 0,3. Kommt ein Photon hier unten an, gerade durch den Strahlteilen durch, im Augenblick, wo hier bei D4 ein Signal kommt, Klick, nehmen wir das zugehörige D0 in die Schublade, D0, D4. So machen wir hier schon mal zwei verschiedene Grafiken, wie gehabt. Wenn jetzt das Photon hierher kommt, abgelenkt wird, oder das Photon von hierher kommt und abgelenkt wird, dann gehen beide hier in einen Strahlteiler, der wieder 50-50 macht. Das heißt, im Anschluss, wenn Sie jetzt hier bei D1 gelandet sind, dann wissen Sie eben nicht mehr eindeutig, kamen Sie hier diesen blauen Weg oder sind Sie vielleicht den roten Weg gegangen und wurden hier mit 50% Wahrscheinlichkeit gestreut oder abgelenkt. Bei D1 haben Sie also nicht mehr diese Information, die Sie bei D3 hatten, dass Sie eindeutig hier durch den oberen Spalt gekommen sind. Genauso haben Sie bei D4 eindeutig die Information, ich bin durch den unteren Spalt gekommen als Photon. Bei D1 und D2 ist diese Information verloren gegangen, weil Sie könnten hier gerade durchgeflogen sein oder abgelenkt worden sein. Sie könnten hier gerade durchgeflogen sein oder hier abgelenkt worden sein. D1 und D2 wissen nicht, wo das Photon herkam. Punkt. Und jetzt kommt's. Jetzt machen Sie diese Diagramme 0,1 und 0,2. Also wenn Sie hier ein Signal haben, machen Sie wieder eine extra Schublade auf, da geben Sie die Daten hinein, die Sie hier messen und entsprechend erstellen Sie wieder Diagramme. Und jetzt sieht das so aus. Das ist hier nochmal das D03. Also man nennt es dann R für die Rate, also R03. R04 ist das gleiche, aber ich brauche nicht zu zeigen. Und dann machen wir hier mal R01 und R02. Interferenz wieder da. In dem Moment, wo die Information verloren gegangen ist, woher Sie kommen mit Ihren Photonen, kriegen Sie plötzlich wieder ein Interferenzbild. also das für sich genommen, das ist ja schon mal eine ganz schräge Nummer. Aber jetzt kommt's eben noch schlimmer. Jetzt nutzen wir die gesamte Mächtigkeit unseres Aufbaus. Mit den Entfernungen können wir variieren, damit können wir den Faktor Zeit spielen, weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Das heißt, wir haben hier ein aufgespaltenes Photon und ein paar hier oben. So, das wird mit derselben Geschwindigkeit geschenkt. Natürlich ist es sich fortbewegen und es trifft eben jetzt schon hier das eine Photon auf den Detektor 0. Da ist das andere noch unterwegs. Und da wurde noch gar nicht drüber entschieden, ob jemals hier dieser Beam Splitter es durchlassen wird und wir die Information erhalten haben, durch welchen Spalt das ursprünglich kam oder ob es eben hier abgelenkt wird oder vielleicht nochmal oder auf jeden Fall hier diese Information verloren gegangen ist. Woher weiß aber dieses Photon hier oben, welches Bild denn hier zu erzeugen war, zurückblickend, bevor diese Entscheidung überhaupt getroffen wurde? Ich zeige Ihnen nochmal diese zugehörigen Bilder. Also R01 ist jetzt diese Geschichte, wenn Sie hier im Detektor was haben und R02 entsprechend und da haben wir Interferenz. Und wenn wir das Ereignis bei D3 nehmen, also die Rate von 0 und 3, wenn hier das Photon ankommt, schauen wir uns genau an, welches Signal hier dazugehört. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, weil die Laufzeiten jetzt unterschiedlich sind. Da ist eine ganz komplizierte Kiste hier hinten, die das alles auswertet. und dann erstellen wir dieses Diagramm und da haben wir den Klumpen. Das ist, also wann und wie kollabiert jetzt hier die Wellenfunktion? Da fehlen einem die Worte. Also da, ich, im Quantenradierer offenbart sich aus meiner Sicht diese, dieses große Problem für unsere Gehirne, diese, diese Verschränkungen aufzulösen und, und die irgendwie geistig zu packen. Räumlich getrennt, wie wir gesehen haben, mit der Andromeda-Galaxie, wenn sie so ein verschränktes Paar da hinbringen und irgendeine Messung veranstalten, dann weiß das andere Teilchen plötzlich, dass es den gegenteiligen Messwert liefern muss. Das ist ja schon schräg genug, aber in der Zeit, also das, das offenbart auch ganz, ganz neue Überlegungen, ist denn die Realität für einen Detektor 3 eine andere als für den Detektor 1? Also hier könnte ich ja auch einen Menschen hinstellen, der einfach nur schaut. Hat die Realität etwas zu tun mit dem Beobachter? Ist auch hier, tritt hier eine Verschränkung ein in irgendeiner Form. Also wir hatten ja schon auch diese, diese Bomsche-Mechanik angesprochen und auch diese Everett-Geschichte mit unendlich vielen Universen, wo dann jede Geschichte realisiert wird. Niemand kann hier besser oder schlechter solche, solche Quanteneraser erklären. Aber, dass, dass plötzlich jetzt der Beobachter, der einen gewissen Doppelspalt vor sich hat, eine andere Realität erfährt als der Beobachter B, der auch diesen Doppelspalt, also mich erinnert es ein bisschen wie, das ist ja wie mit dem Brett vom Kopf, da gibt es auch, ich weiß gar nicht, war, Marie Ebner Eschenbach, glaube ich war das, die hat doch mal gesagt, jeder von uns hat ein Brett vom Kopf. Es ist nur die Frage der Entfernung. Vielleicht ist es kein Brett, sondern ein Doppelspalt. Vielleicht lässt sich ja damit erklären, warum manche Menschen die Welt so völlig unterschiedlich in ihrer Realität wahrnehmen. Die Welt so sehr gut sieh nicht. Alles nicht. Untertitelung des ZDF, 2020